Ein herzliches Quack und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rainbow Six Siege. Mit dabei der Dalu-Kart, die Nancy, der Krabs und der Sachse. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Und direkt der Rage-Code, das waren nämlich teils Leute, gegen die wir eben schon mal gespielt haben. Gespielt. Was haben wir? Geisen? Gespielt, mit denen wir gespielt haben. Ja, genau. Die waren das Spielzeug. Das war gerade im Pfutze. Ich wollte den Pfutze nehmen, ja genau. Einfach kurz Headshot, ne, abzünden, fertig. Maja. Ach ja. Casual läuft schon. Aber heute läuft es generell, ne. Wir haben bisher alles. Alle Aufnahme-Sessions. Oh, das macht die Uhrzeit. Vernichtet. Sehr schön. Nachts, es ist dunkler als draußen. Nachts ist es kilder als draußen. Und ein Keller. Nö. Oh, ein Berg ist schneller als durch den Wald. Obwohl, nicht der Keller, sondern vor, also den Keller und diesen komischen Waschraum da. Hello again. Wie kann ich denn hier nicht einfach aus meinem Gemma raussteigen? Das ist doch Wahnsinn. Oh, Mist. Ich müsste meinen Sprung geschafft haben. Oh, bin ich ja im Gemma-Umgang, das ist ja unglaublich. In dem Moment, wo ich über den Gemma drüber springen wollte, ging's los. Und ich bin durch das Loch in der Wand gesprungen. Na, Kamera? Na, Kamera? Verdammt. Ach. Müssen aber mehr oder weniger alle unten in dem gelben Raum drin sein. Sag's, ich komme zu dir. War einer. Oh das ist Rook, der hat den Tank. Der ist aber down. Das hört sich stark nach C4 an. Schön sagst du. Nehmen der Geisel direkt. Ja hat mich auch, hat aber nur noch drei HP, muss ich gestehen. Kannst du die Geisel mal bitte aufheben und gegen die Wand legen? Willst du das ernsthaft machen? Ja der ist da drin in dem kleinen Raum. Nein links reingucken, links reingucken. Ich hätte das gerne mal versucht, muss ich sagen. Du meinst wegen Strom setzen? Genau. Können wir das eigentlich ausprobieren, wenn wir jetzt dran ziehen? Ja nein, dann verlieren wir ja. Ich werde gucken, ob die Gegner dann verlieren. Stimmt, wenn du die da rein? Okay. Das geht. Also das ging. Ich weiß noch nicht, ob sie es gepatcht haben. Aber ich glaube halt nicht, weil man es so ja nicht... Ist ja richtig so. Du kannst ja auch nicht verlieren, wenn du dann aus Versehen die in den Bandit Strom legst. Weißt du, wenn du down geschossen wirst und die Geisel fällt in den Strom und das du dann deswegen verlierst, wäre ja auch kacke. Also gepatcht haben oder geändert haben können sie es nicht. Es muss also klappen. Wenn wir den Bandit haben, legt die Geisel einfach mal in Strom. Ausgucken. Dann müssten wir gewonnen haben. Ausgucken. Das passt zu easy, also wenn wir das da irgendwie abusen wollen. Ja, was heißt zu easy, wenn du die Geisel schon einmal hast, dann seh' ja eh. Traps hat mir mein Kill übrigens geklaut. Gut, ne? Dann muss ich mich auch noch mit dem Tank anlegen. Der Ruck. Ich fang jetzt an die Türen hier und so dicht zu machen. Ich markiere. Oh Gott. Device primed. Ich würde dich einschließen, Nancy. Du willst ja, Mensch, mach doch. Die wissen nicht, wo die Kamera ist. Was ist bei denen los? Da stehen drei Leute da und suchen die Kamera. Ich hätte das Fenster hier noch machen können. Oder das Fenster zumindest. Ich bleib doch trotzdem hier drin, also. Einschließen macht keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall ein ganz gutes Team. Wir könnten sogar den Fuse-Bug nutzen. Wie meistert das? Ach hier, okay. Ich glaub hier bei mir am Fenster sind, Leute. Ja, Fenster ist auf. Okay. Ich glaube von gerade aus auch, weil da haben sie auf jeden Fall den Jammer kaputt gemacht. Schön. Schön. Ohne Zweck, aber demnach wissen die wo ich bin. Loll, das war Zufall. Ich dachte, ich schieße mal durch, um mich zu machen, habe ich eine Breach Charge zerstört. Hm. Oh, da sind wir weg. Einer sucht ein Radgeschoss. Wo ist denn die? Hier oben. Halt. Nen sie. Erstmal stoppen. Ist egal. Schädt bei mir oben, genau an meiner Leiche jetzt. Grippe hoch. Ah ne, das war nicht nennen sie. Wieso? Was war denn bei mir? Ich schlafe da, da war ein Link. Ich wollte schießen. Dann kamst du, aber hätte ich dir ins Wehen gehört. Ich habe einen markiert. Kann nicht sein. Doch. Ich war unten. Achso, irgendeiner ist mir halt insgelaufen. Schön. Der links ist klug. Da, am Fenster ist er jetzt, am Fenster. Er hat sich hingelegt. Nancy. Ja, das ist der letzte da an dem Fenster. Er guckt da. Nancy, was war das denn? Dann war das Nancy. Ich bin überrascht. Gut gespielt. Schlimm, 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 schlimm. Danke. Schlimm. Schlimm. Sehr schön gemacht. Zweimal wollte ich wem nur ins Bein schießen, dass er umfällt. Der erste ist direkt gestorben und der zweite hat sich umgekehrt mich erschossen. Ich brauche ne Waffe, die nur 100 Schaden macht, aber die nicht tötet. Puh, wirst du nicht winden. Payser bräuchte man, dass er down ist. Aber mit einem schießen. Was dir Leute alle mit der Flashbank killen kannst. Nein, ich will Stacheldraht drumrum legen und den unter Strom setzen. Ich hab ganz gerne einen Molotow-Cocktail. Hast du ja nicht, das stimmt. Passt zu einer spezielle Neid. Payser ist auch killst du in 1 gegen 2. Einen schaltest du aus, den anderen killst du und dann kannst du schon den zucken. Ja gut, stimmt. Dann rücken wir dich so dran. Egal, ich bin auf die Bärenfalle gespannt. Damit kann man bestimmt auch viel Klatsch machen. Hab einen markiert, da sind sie. Oh, Capcan gibt alles. Ausweichen, Leute, ausweichen. Ja, ist das nicht geschickt. Du hast nicht aufgedacht, du wirst. Ja, es war panisch. Ja, von wie? Ich bin noch direkt dran vorbei. Du hast nicht direkt angeguckt. Wir wissen wo. Wir wissen wo. Oh ja. Noch gehts? Okay. Hatten wir ihn nicht markiert? Ja, eigentlich schon. Nein, hatten wir nicht markiert. Nee. Räußere durch die... Nein, die ist nur am Rücken vorbeigestriffen. Aber die... CUT! Handfalle, Nancy! Ich gucke mal auf, oder was? Man! Es ist nicht... Gerade habe ich Nancy gelobt, ja. Das wird schlimm. Mit dem Schild kann man das ja entschuldigen. Das ist wieder vorbei. Unglaublich. Sowas darf einfach nicht passieren. So, 3, 2, 1, die Überraschung. Ja, das stachelte, sagst du bei dir. Hallo. Freunde. Gute Laune sowieso. Ich glaube, der hat sich durch den Rauch bewegt. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, hat er sich nicht. Und ich noch ein... Ich gucke gerade, ob der Raum an sich aber sicher ist. Also der Raum ist sicher. Also der hier, den du jetzt reingehst. Aber da sind direkt Leute. Da ist direkt Doc. Ach. Doc lebt noch. Ist das dein Ernst? Doc lebt noch. Ist wieder aufgestanden. Ist direkt in deiner Verlängerung, Dalu. Fahr da aus, sozusagen. Uh, das ist ja Geiselner. Cribs! Ich hab den Raum da so schön. Hab ich da Action gemacht, ey. Drei Leute geholt. Direkt vor der Geisel unter den Arsch gerollt. Ich wollte auch was töten. Ich dachte, wir haben gewonnen. Hätten wir auch. Er war ja schon am Verbluten. Es ist doch langweilig, um mal 3-0 gewinnen. Cribs macht den Manus. Cribs hat den Manus gemacht. Ah, das war ne Schlechte. Was solltet ihr denn treffen? Ja eben, ich war ja auch noch in dem Raum. Ja eben, ja? Weißt du, was du da wie warst? Ich stand genau neben der Geisel. Weil die beiden Gegner waren rechts. Einfach mal den Fuß gegen, dass die wegrollt. Der Doc hat sich leider selbst wieder aufgehoben. Und es wär sogar schon vorbei gewesen. Na diesmal kannst du hier das Fenster zu machen. Ach der Jammer, einer hat nen Jammer kaputt gemacht. Legt mir dressen. Oh ja, da war er. Legt euch mal hinten da, ist doch egal. Nein. Wo sind eh schon alle durch? Dachse macht die Tür auf. Nein, ich geh hier raus. Brustach. Spiep. Spiep. Kann man die nicht in so nem Bett legen? Wo sind die Party People denn? Okay die haben beide aus und kann man was kaputt gemacht. Nordösten. Oh Gott. Bei mir abmarkiert. Fenster wieder. Ja am Fenster. Und auch da noch. Also das hier meine ich auch. Habe auch keine Chance mehr. BMP. Einer der am Fenster lag ist doch. Bei mir hier am Fenster über. Versuch mal über C4 dann zu regeln. So richtig über, ich warte gerade schon. Passiere C4. Ja. Hat nicht funktioniert. Kannst das Fenster eigentlich wieder zumachen glaube ich. Mh mh. Der hängt da oben drüber. Ich würde das doch sehen. Achso ne du. Ich rede von denen hier. Ja. Oben drüber hängt das hast du? Ich glaube ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Juhu. Denk dran hier aus das Fenster auf ne. Schild. Blitz. 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 Aber den hab ich noch. Da ist noch einer. Ja sag ich doch. Denk lieber den Fenster. Juhu ist es da noch. Einfach den. Kein Katze mal was. Lensi ist Lenspiegel? Jaja. Finde ich gerne. Da wo du hingeguckt hast. Da könnte jeder in der Reich springen. Drum ist aber alles. Ah da nennt sie genau. Der würde dann hinten ins. Ja oder so. Wenn ihr einen down habt sagt Bescheid. Bei mir am Fenster ist wieder einer. Wo ist denn das Fenster? Rechts. Liquid. Komm 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 geht nur down. Nein! Du Idiot warum sch... Achso weil du ihn getötet hast Liquid. Ja der war draußen am Fenster. Was soll ich denn machen? Lass ihn leben. Ich wollte ihn nur down schießen. Und dann... Oh im Tod. Da hat der Call gefehlt dass der down ist. Jaja. Wieder geworden. Rainbow Six. Bla bla. Bla bla. Wenn es gefallen hat, lass den Daumen da rum da. Schaut euch den anderen vorbei. Links unten drunter. Und da runter rein Leute. Tschüss. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.